Der Meerjungfrauenpendant, den kaufen wir uns natürlich, hier, zack, und damit können wir jetzt theoretisch Leerheitenantrag machen, wenn wir wollen. Die Frage ist, wollen wir? Oh, da muss ich natürlich nochmal drüber schlafen. Das muss ich mir nochmal genau überlegen. Wir gehen mal gerade noch hier durch den Wald, habe ich mir jetzt gerade so überlegt. Weil, warum nicht? Für 20.000 können wir auch noch so einen Star-Drop bei Kröbus kaufen. Warte mal, das könnten wir auch machen. Ja, das ist wieder extrem teuer, aber wir haben die ganzen Samen schon gekauft. Was soll der Geiz eigentlich? Könnte man das machen, ne? Kröbus, hallo. Ein Void-Egg, der hat ein Void-Egg. Okay, ein komplettes Frühstück. Ein Start-Man-Returns. What? Okay, wenn ich das richtig verstehe, ist ein Goldener bla 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 und bringt uns nach Hause. Ist das sowas wie ein permanentes Warptote mehr? Weil sonst wäre das ein bisschen teuer. Ein Star-Drop. Zack. Er ist teuer, aber so ist das Leben. Damit bekommt 406 Energie. Nicht, dass wir irgendwann mal noch Energieprobleme hatten, ne? Aber, warum nicht? Ja, erinnert uns an Kaffee. Wie das so ist. Okay, ich würde sagen... Was ist das hier? Huch. Okay. Das ist neu. Da ist ein komisches Forcefield, das unseren Weg versperrt. I see. Naja, meinetwegen. So, ich habe überlegt, wir gehen mal gerade hier drüber noch zurück nach Hause. Vielleicht finden wir hier noch Blümchen oder so. Ich habe echt nicht mehr viele Blümchen. Das ist traurig. Ich brauche immer noch neue Blümchen. Hier ist noch eins. Zack. So, das hilft schon mal. Wollen wir lieber einen Antrag machen? Könnte man machen, ne? Das war noch so ein Teil der großen To-Do-List. Stardew Valley, große To-Do-List. Was muss ich noch alles tun? Für dieses Let's Play. Es ist ja mehr oder weniger endlos, ne? Aber es gibt so ein paar Dinge, die ich auf jeden Fall machen wollte. Die wir irgendwann hier in diesem Playthrough gemacht haben müssen. Eins davon ist natürlich unsere Angebetete zu heiraten. Und in dem Fall scheint es ja leer zu sein, ne? Erstmal Sachen verkaufen noch. So, das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das, das, das. Nummer zwei. Die zwei Diamanten verkaufen wir jetzt auch noch. Und das verkaufe ich auch. Und den Rest behalten wir mal. So. Wenn ich jetzt hier... Nein. Okay, ich wollte gerade sagen, wenn ich das jetzt da drücke, tut er dann einfach alles da rein. Das wäre natürlich schön gewesen, hat er aber nicht. Man kann doch gutes Quarz finden. Aber das war nicht... Gibt es das vielleicht jetzt nicht mehr? Ist das der Witz? Aber das, was wir dann auch haben, das bleibt halt so. Ist das vielleicht tatsächlich der Witz gerade? Man weiß es nicht. Also ich weiß es zumindest nicht. Was haben wir hier noch? Bomben. Die muss auf jeden Fall noch weg, die Bombe. Den Zaun muss ich auch noch ausbessern. Aber das mache ich, glaube ich, morgen. So, wir haben... Wir haben Geburtstag abgeschlossen. Moment, ich muss mir gerade ganz kurz überlegen. Wir haben Geburtstag abgeschlossen. Wir haben Leines abgeschlossen. Perfekt. Wetter wird morgen wieder gut. So. Und haben wir sonst noch irgendwas? Gerade nicht, ne? Der Zwerg hat bald Geburtstag. Ist auch spannend. Okay, ich würde sagen, wir legen uns mal hin. Denn morgen können wir dann nochmal Schleimjagd fabrizieren. Schon wieder eine Menge Gold, ne? Das war zwar nur Hopfen und Korn, was wir gekriegt haben hier. Aber hey. Und hier natürlich... Boah, das ist aber viel wert, wenn das eine noch höhere Stufe hat, was? Nicht übel, nicht übel. Okay, nochmal brauchen wir gerade auf dem Kalender nicht gucken. Der nächste Geburtstag dauert noch ein bisschen. Wie sieht das aus? Bei Kuzu 5 gibt es etwas Neues zum Morgen. Klar und sonnig. Das ist wunderschön. Und... Oh, guck mal. Es zeigt jetzt nicht mehr Pause an, sondern es klingt hier so komisch. Das ist ja spannend. Okay. Na, die sind heute wieder sehr schlecht drauf. Oh, irgendwie haben die Geister aber eine schlechte Woche, wa? Und die Königin der Soße. Es ist diesmal kein Rerun. Yes. Ein neues Rezept. Was gibt es denn dieses Mal? Maple Bars? Was sind denn Maple Bars? Okay. Offensichtlich irgendeine Art von Kuchen. Irgendwas mit Maple syrup halt. Okay. Maple Bar. Na, meinetwegen. Okay, okay. Und wir haben schon wieder Post. Das ist heftig. Wir haben ständig Post. Äh, sorry. Ich bin nicht so besonders gut im Briefe schreiben. Ich hatte einen Metallbarren zu viel und ich dachte, vielleicht brauchst du ihn. Clint der Schmied. Oh, wie knuffig. Find ich gut. Ja, ich bin nicht so gut im Briefe schreiben. Hier, nimm einen Metallbarren. Clint der Schmied. Ich bin böse. Es tut mir leid. Ein bisschen. So, gibt es... Haben die jetzt auch noch eine höhere Stufe? Theoretisch. Hier auch eine Iridium-Stufe, die ganzen Sachen. Ja, dann wäre bei dem Korn wahrscheinlich was dabei gewesen, weil da der gute Dünger mit verbrannt ist. Das heißt, wahrscheinlich hätten wir das dann oder? Naja, sie waren halt very displeased, ne? Als wir das geerntet haben, glaube ich. Von daher, keine Ahnung. So, Cranberries. Ne, Tomaten. Wie bin ich jetzt auf Cranberries gekommen? Egal. Es sind Tomaten. Das ist auch gut. Tomaten nehmen wir auch gerne. Es sind keine total special tollen Tomaten, aber es sind immerhin gute Tomaten. So, flupp. Nehmen wir einmal die Orangen mit und nehmen wir natürlich auch noch die Pieches mit. Und das ist mein... Ne, es ist noch nicht voll. Okay, ich glaube, das kriegen wir noch hin, hier alles mitzunehmen. Da ist noch der Käse. Wunderschön. Zack, zack. So. Na? Achso, war schon. Sehr gut. Ich brauche auch noch eine Mühle, ne? Die könnten wir eigentlich auch mal bauen dann. Die ist nämlich gar nicht so teuer. Da könnte man Weed noch verarbeiten. Da müsste ich natürlich noch Weed anpflanzen und das ist eine ganze Menge, damit sich das lohnt. Ach, warte mal. Aufmachen auch. Aufmachen auch, Snussel. So, jetzt ist mein Inventar fast voll. Ich glaube... Das wird problematisch. Oh, guck mal. Wolle gibt es heute auch wieder. Schwein ist immer noch klein. Oh. Wer weiß, wie lange das dauert. Danach sucht es dann irgendwann Trüffel. Schnippel, Schnippel. Schnippel, Schnippel, Schnippel. So, eine große Milch und eine normale Milch. Okay. Wir tun mal die große Milch und die große Ziegenmilch. Das kommt beides wieder hier. Machen wir neuen Käse. Zack. Mein Inventar ist voll. Dammit. Äh, ja, warte mal. Zack. Zack. Hehehe. So geht es nämlich auch. Okay. Machen wir hier schon mal auf. Ich muss gleich auf jeden Fall den Zaun nochmal erneuern, weil der geht gerade hart kaputt an allen Stellen. Überall, wo es kaputt gehen kann, geht es kaputt. So. Wir haben wieder einen goldenen Käse. Können den natürlich noch nicht reifen. Da brauchen wir offensichtlich... Weiß nicht, warum ich den Pfeffer nicht verkauft habe. Es ist jetzt egal. Ich verkaufe jetzt den blöden Pfeffer. So. Keine Ahnung, was mich da so geritten hat. Äh, ich kann den aber hier schon mal... Oh, ich habe da noch Hopfen. Okay. So. Machen wir das so. Und dann komme ich hier einmal vorbei. Das heißt, ich kann das mal direkt reparieren. Blöck. Das war gerade komisch. Nein. Hilfe. Nein, mit der Axt, bitte. So. Noch ist er ja auch heile und so. Das heißt, ich kriege meinen einfach wieder. Solange das... Ich glaube, wenn man da einen Tag oder so gewartet hat, dann... Willst du schon ausbrechen, Wack? Was ist denn da los? Steht er schon da so neben? Im Ernst? Da ist jetzt... Da ist Pfeffer draus geworden? Ich glaube es auch. So, jetzt habe ich da Pfeffer stehen. Einfach so... Völlig... Völlig mitten. Super. Oh Mann, ey. Naja, gut. Dann... Da warte ich, glaube ich... Ja, weiß ich nicht. Bis halt alles andere gut ist und dann... Wenn alles andere gut ist, dann... 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 Tue ich... Tue ich das weg. Dann wird das weggehackt zusammen mit dem Weed. Damit ich da was Neues anpflanzen kann. Das ist ja strange. Einfach so Pfeffer. Mitten da. Und das sind eine... Ein Haufen verschiedene Pilze hier. Aber gut, okay. Ich glaube... Ja, die sind noch am Laden. Da müssten dann auch noch wieder Batterie... Päckchen rauskommen. Natürlich. Am Ende des Tages. Oder des nächsten Tages oder so. So, das kommt alles weg. Und jetzt überlege ich natürlich... Gehen wir zu Lea? Erstmal gehen wir jetzt... Warte mal. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zu Marni. Nee. Moment. Wir müssen noch... Äh... Wir müssen noch... Wir müssen noch... Ich habe noch eine weitere gute Idee. Ach, die kriegen wir da hinten. Äh... Der Plan ist nämlich... Genau. Wir müssen jetzt erstmal noch rote Schleime killen. Das ist wichtig. Für den Zauberer Magier Dude. Und dann müssen wir die, wenn es geht, heute auch noch irgendwie wieder... Müssen wir da nochmal hin und dem das... Sagen, dass die alle tot sind. Die Schleime. Und der Plan ist... Erstmal gehen wir mal kurz zum Query und gucken, ob hier noch... Guck mal. Das zum Beispiel wird jetzt erstmal weggehackt. Das ist zwar nur Eisen, aber das ist nicht so schlimm. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Joa. Da hätten wir jetzt noch ein Würmchen. Na, Mist. Habe ich das Ding gerade nicht zur Hand? Zack. Oh, ein Buch. Ein neues Buch. Juhu. Wir haben ein neues... Verschwundenes Buch gefunden. Äh... So und so. Und dann gehen wir jetzt... Zack. In die Mine. So. Wo war ich gerade? Irgendwas wollte ich gerade nämlich noch... Genau. Genau, genau. Wir brauchen eine neue Schattenessenz oder sowas. Die wir dann dem Magier einfach als Geschenk noch geben können. Weil der mag sowas, ja? Mit dem könnte man sich nämlich auch nochmal irgendwie ein bisschen anfreunden, finde ich. Habe ich die ganze Zeit irgendwie nicht gemacht. Ein Feuerquartz. Ich habe das Gefühl, also entweder die zählen nicht mehr als Foraging, was natürlich auch sein kann, weil es ist ja schon irgendwie eher Mining. Oder es gibt einfach keine höhere Qualität davon mehr. Kann beides sein. Das kann natürlich beides irgendwie der Fall sein. Wir werden sehen, denke ich. Auf Dauer müsste sonst ja irgendwann mal noch was anderes dabei rauskommen. Theoretisch wenigstens. So, irgendwie finden wir keinen Weg nach unten hier. Na komm. Ich möchte doch nur jetzt weiter nach unten und mehr Schleime verhauen. Da. Da unten kam direkt erstmal noch eine Fledermaus angestürmt. Zack. 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 Da ist noch ein Schleim. Wunderschön. Au. Au. Geh weg. Hilfe. Ah. Er steht in mir drin. Der Schleim steht in mir drin. Ich glaube, wie viel brauchen wir? Noch ein oder zwei oder so? Da ist noch ein Schleim. Perfekt. Und da ist auch noch... Ist das ein Emerald wieder? Ich glaube, es wird ein Emerald. Ich glaube, die... Ja. Die Quest ist fertig. Nächstes Jade. Okay. Auch das ist okay. Nehmen wir auch gerne mit. Da vorne ist noch eine Leiter nach unten. Ich brauche jetzt noch eine Schattenessenz, weil ich ja keine mitgenommen habe. So. Aber hier wird es ja... Ah. Der müsste eine Schattenessenz droppen. Zack. Ja. Genau. Oder eine Voidessenz. Ja. Eine Essenz der Leere. Bla, bla, bla. Ist ja quasi das Gleiche. So. Und dann gehen wir hier raus. Und auf zum Magier. Das war's, ne? Haben wir hier Slamons. Ach, Louis... Oh, Louis will das. Okay. Dann eben so. Dann fahren wir jetzt erstmal in die Stadt. Gehe ich trotzdem, glaube ich, gleich noch zum Magier. Einfach weil... So, Clint. Hier. Ich habe hier so eine Geoden für dich. Plöp. Kannst du mal... Ist das was Neues? Ein Tigerauge. Keine Ahnung. Warte mal. Shop. Hat der was Neues? Nö, hat er nicht. Upgrade Tools. Kupferhacke. Haben wir natürlich nicht. Den Kram dafür. Äh. Eine goldene Watering Can. Können wir uns aber auch irgendwie nicht so richtig leisten. So. Äh. Das hatten wir, glaube ich, schon. Sonst wird da ja stehen, dass Gunther uns noch mehr darüber erzählen kann. Okay, dann war das für Louis. Ist auch spannend. War mir nicht ganz bewusst so. Du magst keine Blumen, wenn ich mich richtig erinnere. Sonst würde ich dir jetzt eine geben. Aber wenn du das nicht magst, dann magst du es nicht. Louis ist nicht da. Das ist ungünstig. Ähm. Wo könnte Louis denn sein? Heute ist Sonntag. Bist du da irgendwo einfach hier so in der Stadt oder so unterwegs? Sonst muss ich irgendwie später wiederkommen. Erstmal kriegst du jetzt... Plöp. Noch eine Blüm... Eine Blümchen. So. Oh, das sieht wunderschön aus. Sehr vielen Dank. Ja. Bitteschön. Wo könnte der denn sein? Wo könnte Louis sein? Da ist George. Was haben wir hier noch? Willi möchte gerne... Oh. Willi möchte eine Sweet Pea haben. Das ist gut. Weil Sweet Peas habe ich noch. Warte mal. Ich gucke mal ganz kurz hier erstmal. Ist er hier? Äh. Jodie steht mir im Weg. Naja, ist ja nicht schlimm. Ich wusste gar nicht. Der hat sonntags auf. Spannend. Der hat sonntags auf. Na gut. Tja, wo könnte Louis rumhängen? Äh. Ist er vielleicht bei Marni? Haha. Nicht, dass wir das irgendjemandem erzählen dürfen. Aber ist er vielleicht bei Marni? Hallo. Ach. Hi, Lea. Wir könnten jetzt natürlich... Das ist ein wirklich wunderschönes Geschenk. Dankeschön. Wollen wir das machen? Wir machen das jetzt. Wir machen das jetzt. Komm. Trau dich, Snizzle. Häh. Ich, äh. Neh mal an. Punkt, Punkt, Punkt. Ich, äh. Ich werde alles vorbereiten. Wir werden in drei Tagen die Zeremonie haben. Okay? Ich kam wegen dem... Wegen dem Rauschen des Ozeans. Wunderschön, nicht wahr? In drei Tagen? Oh, guck mal. Da ist Louis übrigens. Zack. Ah, Snizzle. Du hast uns also mit unserem Schleimproblem geholfen. Dankeschön. Ich hoffe, du bist nicht durch zu viele Probleme gegangen. Ich weiß, es kann ganz schön, äh, schwer sein, den Schleim wieder aus den Klamotten zu kriegen. Ich habe mir definitiv schon ein paar gute Hosen damit ruiniert, diese kleinen Viecher zu kriegen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass Papa in einen, ja, in eine ziemliche Rage geraten ist, als ich mit einem, äh, was? Pale, 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 pale. Mir fehlt das Wort für pale. Es ist eigentlich total klar. Jedenfalls, äh, gelben Schleim über meiner brandneuen Hose nach Hause gekommen bin. Naja, wie auch immer. Äh, viel Spaß mit deiner Belohnung. Zack. So. Willi, hallo. Moment. Bist du hier? Du bist hier. Ich habe hier eine Sweet Pea für dich. Äh, warte mal. Ich rede ihn mal erstmal normal an. Nee, okay. Jaja, ich weiß, wie das Fischen funktioniert. Äh, bitteschön. Ich habe das Gefühl, es gibt jetzt irgendwie mehr. Kann das sein? Weil ich habe jetzt irgendwie, es gab jetzt irgendwie bis jetzt nicht jeden Tag was. So, hast du irgendwas Neues? Letbopper. Den gab es vorher auch schon, ne? Ja. Ähm. Es gibt jetzt irgendwie jeden Tag welche. Obwohl. Obwohl man schon einen hat, zum Beispiel. Das ist spannend. Ich habe das Gefühl, das war vorher nicht so. Wir heiraten übrigens in drei Tagen. Äh. Einfach mal so voll spontan. Och. Guck mal. Möchtest du nicht? Ja. Oh, unser Haus ist noch gar nicht so toll eingerichtet, ne? Vielleicht sollten wir noch ein paar neue Möbel kaufen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist, vielleicht sollte ich das mal auf meine To-Do-Liste packen. Möbel kaufen und so. Wobei wir jetzt nicht mehr so viel... Ja, wobei wir haben noch, wir haben noch wirklich genug Geld. Also beileibe genug Geld. Ich glaube, das passt schon. Ich glaube, das passt schon irgendwie. Da ist noch wieder mehr Zaun kaputt gegangen. Ich glaube, die Tiere gehen gerade wieder rein. Die sind so... Spontan... In eine Richtung unterwegs. Äh. Oh, guck mal. Da ist wieder Kram fertig. Zack, zack, zack. Die Frage ist, was können wir noch bauen? Im Moment gerade nicht so richtig... Ne? Wir haben noch so einen Grape und wir haben einen Spiceberry. Plöpp und plöpp. Äh. Sonst noch irgendwas? Nicht wirklich, ne? Ne. Die Battery Packs sind gut. Moment. Dann holen wir uns die mal gerade. Zack. 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 Ich sollte mir auf jeden Fall noch bis zum Herbst überlegen, wie ich die Gebäude anordnen möchte. Und dann auch mal gucken. Ich weiß ja nicht, wie lange das dauert. Warum hat der Goji so eine komische Farbe? Achso. Weil es eine bessere Goji ist. Na gut. Oh nein. Halt. Waren das jetzt alle? Waren das alle Tiere? Ich bin jetzt ja einen draußen stehen lassen. Aber nee. Sieht nicht so aus. Okay. Perfekt. Ähm. Was wollte ich jetzt sagen? Ich habe, glaube ich, den Hopfen nicht gegossen. Sollte ich erst mal sagen. Ich glaube nicht. Wenn ich mir das so anschaue, da ist ein Unterschied, ne? Ja, müsste. So. Äh. Genau. Dinge verkaufen. Dinge verkaufen. Zack. 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 Ich weiß nicht, warum ich das jetzt verkauft habe. Egal. Äh. Das und 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 ich glaube, ich gehe heute nicht mehr zum Magier. Der ist wahrscheinlich sowieso nicht mehr da. So, 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 so. Okay. Passt. Äh. Ich gehe mal kurz noch da oben in den Wald und gucke mal, ob da vielleicht noch irgendwie Blumen oder so rumliegen. Maunz, 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 maunz. Ich glaube, nee, Robin wird nicht mehr aufhaben. Wollte gerade sagen, wir können noch mal kurz gucken, wegen, wegen... Guck mal, die können wir doch... Perfekt, das lohnt sich tatsächlich. Oh, das sind sogar zwei. Da kann ich nämlich dann noch einen in einen Fass reintun. Aha. Aha. Das funktioniert doch alles völlig problemlos.